Musik So Leute, willkommen noch zum zweiten kleinen Video heute. Ich habe ja schon so ein Video, so dank für alles gesagt, heute kommt so kein Spiel, da ich das unpassend auch finde. Dafür war aber was anderes, denn Silvester of the Ways. Ich zeige euch ein kleines Plan und das wird es noch bis morgen geben. Das heißt für alle, ich habe sogar auf Twitter ein paar geschrieben, dass sie krank werden, nicht knallen gehen können etc. Ich denke die meisten werden um 24 Uhr draußen gehen, aber davor und danach könnt ihr nämlich auch bei uns Raketen schießen. Ihr könnt dafür hier hingehen, ihr könnt hier random einfach generieren, das könnt ihr euch dann nehmen. Das heißt, ihr habt hier dann irgendein zufälliges Feuerwerk, das heißt, das ist ganz zufällig was das kann. Das explodiert sogar nichtmals, also wie gesagt, das ist ganz zufällig. Wollen wir einfach noch ein zufälliges, zack, bekommt ihr einfach ins Inventar und dann könnt ihr die abschließend mal gucken, was die hier sind. Die explodieren auch, hier sind so kleine Creeper-Köpfe, genau, das ist immer zufällig. Oder ihr könnt euch dann auch einfach, hier werde ich auch erstellen. Das heißt, hier, ich mache mal große Kugeln, das nehmen wir mal gelb, sieht cool aus, denke ich, und dann weiter. So, ja, Spur, ja, machen wir auch mal hier alles. Power 5, egal, alles mal hier so, das da, so. Ui, da, okay, Power 5 ist ein bisschen zu hoch geflogen. Ich mache nochmal eine, die ganz niedrig ist. Ich fahre ich selber zusammenstellen, große Kugel, machen wir mal blau, ähm, blau, so, warte weiter, dann flimmern. Das war einfach alles, ja. Machen wir mal Power 1. So, hab ich dann hier ersetzt bekommen, dann zack, dann gucken wir mal. Ai, 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 das ist ja cool. Also, auf jeden Fall, ja, könnt ihr so ein bisschen Feuerwerk, ähm, schießen bis morgen. Um 24 Uhr ist das noch da, das heißt, ihr habt jetzt circa, ja, über ein bisschen mehr als 30 Stunden Zeit, damit ein bisschen rumzuspielen. Und, ja, also sonst wünsche ich euch nochmal, ich hab's da auch schon mal gesagt, einen guten Rutsch, sonst guckt euch einfach das andere Video an. Und, ja, also, gut, gut, ich denke, nach 0 Uhr werdet ihr mich auch später da im Server finden, dann können wir ein bisschen zusammen vielleicht Raketen fliegen lassen oder so. Egal, ja, dann wie gesagt nochmal guten Rutsch und, äh, lasst es knallen. Tschüss. Tschüss.